Was ich jetzt mache, ist fast nicht menschlich. Die Leute, die vielleicht vor 8-9 Stunden im Stream dabei waren, sagen, okay, kann man mal machen. Die Leute, die das allerdings erst auf YouTube gucken, da habe ich vor, ich kann das jetzt nicht ausrechnen. 10, vielleicht sogar 20 Parts, bin ich irgendwann aufgestanden und habe das Licht angemacht, weil es zu dunkel wurde. So. Dasselbe, was ihr vor 20 Parts gesehen habt, ist immer noch derselbe Abend. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, haltet euch fest. Wir machen das Licht aus und es ist immer noch hell oder eher wieder hell. Wow. Ja, Ladies and Gentlemen, äh, so läuft's im Business. Ich bin aber auch ehrlich, ich bin froh, wenn der Run vorbei ist. Ich habe nach 12 Stunden Schlafbedürfnis. Wohlgemerkt, 12 Stunden Stream. Vor 24 Stunden haben wir erst den anderen Stream beendet. Boah, ich bin auch. Ich kann hier noch einen Geheimraum holen. Der kann nur da drüben sein. Und ich brauche auch irgendwas Gutes. Ich habe so viel weggeworfen. Ähm, muss ich zugeben, ich bin absolut fertig. Und, äh, ich habe so viel... Blöd, dass ich gerade den Geheimraum habe. Ne, ich behalte durf hart. Ähm, ich habe... Der Run hat krank angefangen und ich habe viel weggeworfen, muss ich sagen. Oh. Ohne Space Items in Cave 2. Äh, äh, äh. Fistula. Sagen wir es so. Fistula kann gefährlich werden. Du kannst aber auch... ...mit ein bisschen Movement... ...easy machen. ...einmal verkackt, aber... ...fuck. Okay, zweimal verkackt. Sehr gut. Der Rest wird easy. Gut, ein Seelenherz... Oh, hopp ihr ab. Miet läuft. Einmal Seelenherz hergegeben, aber ansonsten... ...ja, die Tasche kann ich mir leider nicht kaufen. Aber das ist auch wurscht. Pasch. Ich habe sie ja... Die kann... Oh. Die kann ja wiederkommen. Okay, unnötig Schaden genommen. Jetzt werden so ein paar Seelenherzen tatsächlich wieder gut. Das Problem ist nämlich, dass der Run gut ist... ...und dass ich gerade auf dem besten Wege bin, den wegzuwerfen. Den behalte ich mal noch. Also ich lasse ihn da liegen. Ich hasse dich, Greed. Das weißt du aber mittlerweile. Den Joker kann ich jetzt schlecht einsetzen, weil ich weiß, mir könnte ich hier richtig Schlimmes wieder fahren. Mit der Leiter bin ich hier natürlich in so einem Raum auf einer sicheren Seite. Aber... Das kann leider nicht meine... Aber das nicht. Ah, ich muss mich jetzt konzentrieren. Tut mir leid. Es ist... Äh... Mein letzter Run für heute. Das... Bisschen Seelenherz. Oh, shit! Boah, ich weiß gerade gar nicht, was ich drücken soll. Boah, fuck! Alter, die sind krass. Die sind richtig krass. Und da ist auch noch ein Champion dabei. Oh, fuck. Und da ist das Ace of Spades in Trinket ist, ist mir schon klar, aber... Der Joker, den ich da noch habe, der bringt mich in den Teufelsraum. Den brauche ich allerdings jetzt nicht zünden mit dem Leben, den ich habe. Wenn dann gescheit. Problem ist, ich weiß nicht, ob ich da noch mal was gescheit zünden kann. Boah, komm her. Das ist ein blauer. Im Übrigen, das sehe ich. Direkt einsetzen. Das ist okay. Justice kann man immer mitnehmen. Ah... Ah... Investigation. Ah, ist okay. Das Ding ist, es ist gar nicht so scheiße gerade. Wie gesagt, ich... Ich habe riesig begonnen. Ich darf es jetzt nur nicht wegwerfen. Das ist... Das ist ein guter Run, was ich hier gerade mache. Ich darf es jetzt nicht wegwerfen. Ich muss mich mal ganz kurz... Konzentrieren. Richtig geil wäre, wenn ich jetzt noch irgendwo ein Health abkriege. Äh... Aber dann könnte ich mich in den Teufelsraum portieren. Hm. Ein bisschen lächerlich. Ich nehme hier mal gar nichts. Und gucke weiter. Wie hier ist... Passiert gar nichts? Okay. 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 Boah, das ist fast zu schnell. Das ist fast zu schnelles Movement. Aber es läuft noch. So, hier haben wir nochmal einen blauen Stein. Oh, komm. Jetzt... Flat Penny ist kacke. Emperor. Bring mich in den Bossraum. Okay. Was wird das jetzt hier? Emperor und... Hi Priestess. Das ist Moms Fuß. Dann lieber Two of Hearts. Flat Penny will ich nicht. Dann lieber die Trinketshaws. Hm. 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 Ah, der eine Shot war unnötig. Ah, wieder die Priestess. Ja, die kann ich eigentlich für den Bossraum nutzen. Hm. 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 Mir gefällt der Run gerade in sehr unterschiedlichen Arten und Weisen gar nicht. Der hat seine richtig guten Seiten. Der hat allerdings auch sehr viele Schattenseiten, weil ich sehr viel wegwerfe. Ich kann leider gerade nichts dazu sagen, weil ich halt echt viel wegwerfe gerade. Ja, sogar der Hund da draußen findet das nicht in Ordnung, was ich hier mache. Ich muss mich jetzt echt beherrschen. Was haben wir hier nochmal? Hallo? Emperor. Bring mir hier wieder in den Bossraum. Ich behalte mal der High Priestess. Ja. The World! Brauche ich aber auf der Ebene nicht. Töten wir direkt den Battler? Ja. Ich nehme High Priestess. Nehme die für den Boss. Gehe dann zurück. Guck mal. Monster 2. Nein. Oh, Mom. Du hast mir nicht Schaden gemacht. Was soll das? Oh, shit. Oh, shit. Hör auf, die Scheiße zu spawnen. Ja, tötet dich selber. Nein. Nein. Yes. Mein Monster 2 ist jetzt kein Problem, ne? Mach mal down, aber... Nein, ich hasse die Scheiße. Ich bin gerade hammer konzentriert, weil es auch echt gerade nicht so einfach ist. Boah. Gott sei Dank. So, zurück. Tour of Hearts. Problem ist, ich würde eigentlich... Scheiß auf Moms Fuß. Emperor Boy auch nicht. Aber hier war was Gutes, oder? Ne, Emperor war es auch nicht. So wie der Bossraum. Was war das? Scheiß für Magician. Schischen. World war gut. Aber... Ich schaffe mal der World. Neh mal der World. Ich nehm der World. Ich nehm der World. Ich muss Ruhe bewahren. Auch das, was ich gerade im Itemraum hatte, war gut. Ich geh jetzt erstmal... hoch. Oh. Ich weiß, ich mach gerade... Absolutes Antiprogramm. Was... Äh... Binding of Isaac angeht. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich versuch's mal auf die andere Art und Weise. So. Damage Resistance ist schon mal... Ah, stopp, 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 stopp. We need to go deeper. Kann ich damit theoretisch... Marm überspringen? Geht das? Kann ich damit Marm überspringen? Weil dann würde ich jetzt nämlich nur noch in den Arcade gehen. Und dann skippen. Oh, das ist easy. Das ist Gott sei Dank easy. Kann ich da mit Marm einfach skippen? Wäre krass. Also, fände ich überkrass, wenn das geht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ja, ist okay. Ich will eigentlich nur noch hier rein und zocken. Charit ist natürlich super. Wow, das war's. Wow. Verdammt. Speed up. Speed up.